Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Epyx Legends. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, ob mein... Ne, Fernsehton ist aus. Perfekt. Ist ganz schön laut für mich. Muss das mal kurz ein bisschen runterschrauben. Wir spielen den... Ach, war klar, dass ein Pathfinder natürlich wiederkommt. Es ist so logisch. Wir spielen den... Oh Gott. Grand Surrey, so. Modus Königsschlucht bei Nacht. Oh. Ein Predator-Spieler, alles klar. Champion. Und so sieht die ganze Map aus. Man kennt sie ja natürlich noch von Season 1 und 2, ist ja klar. Mal gucken, wo die landen. Ach, ich bin Jumpmaster. Boah, ich würde ja ganz gerne in den Bunker rein, ne? Weil ich bin Caustic, aber wir... Ja, okay, machen wir mal. So, hier kann ich auch ein Emote machen. Aber warum ich Caustic spiele? Einfach, weil ich den schon ewig nicht mehr gezeigt habe. Weil ich ewig schon kein Gameplay zu denen gemacht habe. Tatsächlich. Ja, Leute, könnt ihr euch jetzt mal abseilen oder so? Oh, eine Flatline. Oh, ja. Komm. Hallo. Halt den, ich mach... Oh, dieses Spiel, ne? Jetzt kann ich dir nicht mal lieben. So. Okay, cool. Haben wir geschafft. Ne, warte mal. Variable weniger zu berücksichtigen. Der hat schon was Goldenes? Ach so, ja, klar, natürlich. So, erstmal mich voll machen hier. So, oh, geil. Ich glaub, die Tripple... Die Tripple Take. Die Tripple Take behalte ich mal. Oh! Zwei Kills gemacht. Nice. Schöner Start auf jeden Fall. Muss man mal sagen. So, noch mal eine Spritze geben hier. Eine Spritze reicht, glaub ich. So, kann ich jetzt vielleicht den Typen... Ach, guck mal, der looted jetzt den Typen, den ich, äh... Quasi nicht looten konnte. Ja, moine. Das kann ich bei keinen der Waffen benutzen, tatsächlich. Ich hab keine MP, keine Schrotwinde... Ah! Und keine Pistole. Aber will ich auch gar nicht. Ich will Sturmgewehr und, äh... Sniper behalten, glaub ich. Aber die Bedrohungsvisiere sind auch in dem Modus relativ häufig da. Eigentlich fast nur. Ja, die brauch ich auch. Du Kumpel, da kriegst du leider nichts ab. Das tut mir echt leid. Alter, das ist leichte Munition. Braucht einer leichte? Ja, hier ist leichte. Hier ist leichte Munition. Will er nicht haben? Okay, gut, dann will er jetzt nicht haben. Ich weiß nicht, in den Paarfeinern gebe ich irgendwie nichts ab. Lieber... Huh! So, ich guck auch mal hier nach. Also gut, viel zum Modus muss ich nicht sagen. Es ist alles gesagt. Es ist die Map bei Nacht. Man hat fast nur Bedrohungsvisiere. Und ansonsten ist alles so, wie es immer ist. Oh! Oh, das ist... Ja, ich glaub, das ist gut. Ich bräuchte jetzt nur noch... Nehme ich einfach mal... Wo ist denn der Typ jetzt schon wieder... Das meine ich. Weißt du, das ist doch... Alter, warum? Warum ist der da hinten, Mann? Alle sind zu verteilt. Oh Gott, ey. Ne, ganz ehrlich, ich hasse sowas. Also, es tut mir auch leid, dass die Folge heute... Heute erst kommt. Sehr spät. Denn ich war gestern ein bisschen, ähm... Bei meiner besten Freundin und... Und dann muss ich... Werfe Termin-Granate! In der Tat! Gegen Gegner in der Nähe! Lager nach! Oh! Der ist hier! Ja, vertraut den Alpha, Alter. Mach hinne! Schön! Nein! Das ist der... Das ist der Champion! Oh! Das war der... Das war der Champion-Squad! Bis gleich. Okay. Gerade eine sehr lustige Situation. Ich spiel' dies nur übrigens wieder Watson. Ähm. Ich bin noch nie im Repulser gelandet bei Nacht, ne? Aber es ist mir, glaub' ich, ein bisschen zu... Zu haarig. Ich möchte eher da oben landen. Da bin ich auch... Noch nie gewesen. Slum-Scen... Slum-Scen, mein' ich, war ich, glaub' ich, auch noch nicht. Und hier oben drauf bin ich auch nie gelandet auf diesen Dingen. Und nicht jeder, die befallen sind. Und hier verlangen, verlandet auf den Zeilen. Ich werde Blut halten. Attacke! Attacke! Okay, Puffy hatte gerade richtig hart Stress, ey, da. Und ich glaube, die Leute, die schon seit letztes Jahr, wenn wir auf dem Kanal sind und Epix mit mir seit Anfang an verfolgen, wissen, wer Fluffy und Puffy ist. Muss ich nicht erklären. Bamm! Direkt Waffe, Rüstung. Da geht doch mal, man... So, ja, gerade lustige Situation wollte ich gerade auch schon erklären. Ähm, da war tatsächlich ein Gegner im Champions-Squad, der denselben... Leute, den hab ich gekillt bekommen. Warum wird mir denn nicht geholfen? Hier war doch noch einer bei uns. Ach, egal. Also, im Gegnerteam hat da einer im Squad... Ähm... Oh, da kommt er, ey. Im Champions-Squad hat da einer... Denselben Skin wie ich. Das wollte ich eigentlich sagen. So, kannst du mich da noch bitte gleich zurückholen? Das wäre sehr, sehr nett. Klar, looten könnt ihr ruhig machen. Oh, der hat da... Ach ja, Bedrohungsvisier. Oh, Mann. Ja, gerade lief besser für mich die Runde. Ich meine, es ist schön, dass man die alte Map jetzt auch spielen kann, diesen Modus. Ich hab sie auch sehr, sehr lange gespielt mit Julia zusammen. Ähm, wirklich sehr lange. Ich glaub, vier Stunden lang hintereinander. Das ist für mich persönlich schon sehr lange. Ich bin mittlerweile echt alt. Damals waren acht Stunden noch so, was, schon vorbei. Und jetzt vier Stunden... Man kann's endlich mal aufhören, so in der Art. Kennen vielleicht einige von euch. Ich bin eher so ein Genießer beim Zocken. Nicht so einer, der sagt, boah, ich muss jetzt zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden durchzocken. Das kann ich nur bei neun spielen, wenn überhaupt. Aber dass das vorgekommen ist, ist auch schon wieder Jahre her, ehrlich gesagt. Ich glaube, das nächste Spiel, was richtig reinhauen wird bei mir, wäre Dreams. So, Watson. Du geiles Ding. Danke schon mal für den Rucksack. Viele Donk. Oh, der hat ne goldene Dings. Wow. Den habe ich jetzt auch. Okay, der hat mir ganz schön guten Stuff gegeben. Ja, okay. Ich habe doch genug, oder? Habe ich nicht genug? Ach, der pingt das für ihn. Weil er so viel braucht. Hier ist eine Optik. Für Mitteldistanzen. Oh, das brauche ich auch. Ich glaube, die ganze Munition hat er für ihn gepinkt. Danke. Weil mir sagt er natürlich nicht gern geschehen so, weißt du? Oh, das ist eine Munition. Ich bin ganz sicher. Oh, scheiße. Wir sind nicht allein. Sieht mal ihre Ehre. Ach, das ist doch zu kotzen. Ach, da ist die Watson. Das ist schon wieder der Champions Squad. What the hell? What the fuck? In der ersten Runde vom Champions Squad down gemacht und jetzt wieder? Nein, oder? Ah, der schießt wie ich. Nicht wirklich gut. Hat aber gereicht. Ist denn der andere überhaupt, Mann? Der rennt weg! Ach so, der hat nichts. Ah, okay. Gut, gut, gut. Alter, diese Drohne. Wie schnell das Heiden einfach mit einer goldenen Rüstung geht. Das ist so unnormal, ne? Ich wollte doch eigentlich erst meine Blitzzahne aufstellen tatsächlich, aber ich habe die Taste vergessen, ich verlaust. Das ist natürlich eher eins. Aber, ja, habe ich vergessen. Oh, er ist Ehre. Er holt meine Drohne. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Oh, scheiße. Er will es irgendwie schaffen. No, der ist rausgegangen. Der ist einfach rausgegangen. Aber ich bin doch noch nicht rausgegangen. Ach, er hat mich. Lol. Er hat mich einfach. Oh mein Gott, was ist er für ein Mensch? Aber er, oh, er weiß, wie man Krypto spielt. Mit der Drohne jemanden abholen. Warum ist der andere rausgegangen? Das ist so dämlich. Aber vielleicht wusste der das nicht. Ah, loote nicht zu viel. Hat er eine Energiewaffe oder was? Was hat er denn? Kann man das irgendwie sehen? Ne. So, ich ping mal für ihn. Nur damit das sieht. Ich ping jetzt nicht zu. Ich bin nicht so ein Assi, der die ganze Zeit immer ding, ding, ding macht. Boah, ey. Diese Menschen, ne? Na, lootet er da noch oder lässt er mir das Haus? Ah, ne, er lässt mir das Haus, glaube ich. Und er hat auch den, ach, der hat die Havoc. Na, okay. Er hat den Havoc-Skin sich gegönnt. Oh, war das jetzt Fluffy oder Puffy? Klingt nach Fluffy. Ah, dankeschön. Ich guck mal, ob da irgendwie Gegner sind, die irgendwie nahe kommen. Oh, Double Tap nehme ich mit. Oh, nein. Oh, nein. Ach, nein. Das ist doch ein Scherzer. Kommen die hinterher? Oder sind das dieselben? Es sind dieselben! Oh, der Dächer ist wirklich jetzt alle. Also. Die sind ihm einfach gefolgt. Was sind das für Menschen, bitte? Ah, er will mich wiederholen, Lul. Er ist klug mit Krypto, ne? Also, das ist... Alter, WTF, ey. Okay, ich dachte, er will mich holen. Ja. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Oh, er will rein. Okay. Also, ich hätte ja, wenn alle betäubt wären, hätte ich schnell denjenigen geholt. Na gut. Okay. Schade, er hätte es machen können. Gucken wir mal noch weiter zu, oder? Wollen wir weiter zugucken? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es nicht so spannend, was er da macht. Ja, ich würde einfach mal sagen, das war es jetzt mit der Runde, oder? Mit der Folge. Ich will nicht zu lang machen. Wir sehen uns dann einfach zur nächsten. Ich gucke ihn jetzt einfach nochmal zu. Ja, obwohl, wollt ihr das vielleicht auch sehen? Vielleicht wären wir sogar noch erster. Na komm, er geht jetzt da rein. Komm. Gucken wir das uns nochmal an. Eigentlich würde ich die aber, wie gesagt, nicht zu lang immer machen, weil... Gerade passiert einfach nichts. Oh, oh, das Team wurde ausgelöscht, oder was? Ja, das Team wurde tatsächlich ausgelöscht. Okay. Ach komm, gegen zwei. Das kannst du ja schaffen. Macht er aber nicht. Ach naja, wenn er gewinnt, gewinnt er alleine. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir sehen uns dann einfach zur nächsten Folge. Das wird jetzt hier noch ein bisschen dauern. Haut rein und ciao. Ciao.